Ein Lich ist ein Untoter. Immer. Sowohl regeltechnisch als auch hintergrundtechnisch. Da werde ich ihn springen müssen. Und ein Lich wird auch nicht ständig aus einem Phylakterium wiederbelebt. Ein Lich muss auch gar kein Phylakterium besitzen. Ist auch möglich. Winze? Wollen wir bloß noch eine? Der Kopf greift an. Blöder Knochenkopf. Mann machen die Damage. Die Damage Was ist das? Die Damage der große da nicht auf. Hallöchen Mietze Katze da oben. Ach du große Güte sind auch solche. Danke sehr für dein Boot. Ich glaube ich nehme mal lieber dich. Und ich esse doch gerne mal. Doch brauche ich nicht vergessen. Warum gehst du hier auf den Sack? Gott sei die Kacke. Okay die bringt gegen den Raben gar nichts. Das heißt ich brauche das aber zwei Schüsse von. Wenn wir jetzt einfach ganz kurz durchrennen. Wenn uns solche Viecher auf den Sack gehen wir mal so kurz umhauen. Da unten kommen wir noch nicht ran. Ich weiß gerade nicht wie. Gehen wir an der Wand lang. Wie im schwulen Club. Nein aber das sagt man doch immer. Wenn du im schwulen Club bist musst du immer mit dem Arsch in der Wand lang. Trink. Trink. Alter ist das kacke hier. So renne 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 renne. Oh Senhor. Und ich hab auch gelesen. Bleib stehen! Klar. Ja, den kriegt man nicht mehr. Fuck! Geister sind schlimm. Die Vögel sind schlimm. Gibt es irgendwas, was hier nicht schlimm ist? Außer die blöden Skelette. Warum hast du die zwei nicht gleich einen Hügel? Weil ich nicht konnte? Was ist denn das gerade für eine Frage? Du hast doch gesehen, dass ich da rein getrieben wurde. Warum hat er sich un... Oh, Gottes Willen. Gib mir das auf den Sack. Bleib stehen! Bitch! Oh. So. So. ich die wahl gehabt ziehen nicht anzugreifen ich wollte da runter nicht hier hoch komm ich hier irgendwie runter oder ist das da unten wirklich bloß zum auskommen das ist eine leiter jetzt lang hier ist eine truhe für 100 münzen alter das ist viel aber kein versteck hinter dem versteck weiter geht es nicht jetzt wieder hoch noch was die wunderschöne naja in the cathedral aber da werde ich mal ganz kurz eine pause machen so nach einer kleinen pause sind wir wieder da die katastrale angucken was ist die 1 was heißt das karana da ist die 2 die 6 die 4 die 3 die 5 kleinere 5 7 10 weiß jeder was gemeint ist wo wir gucken uns erst mal um okay das sind zombies das sind wir als zombies und sie schlagen uns natürlich komplett leben weg bestimmt wollen wir da oben das zum kristall dings haben der klang von beschwörungs gesingen im sowas wie eingang so hier geht es schon mal nicht lang können wir hier runter nein das heißt dass da oben ist komplett egal gehen wir noch mal hierhin wir noch was zum aufrüsten bei uns ist alles auf null gut tut mir leid kleiner zombie das ist ein irrgarten oder Oops ist das die alles das 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 nicht das was ist das hier für ein ort ja ich weiß es ist eine kirche aber warum ist sie hier da hat meine nase mal wieder gekribbelt ich konnte dich nicht anvisieren alter was bist du für einer hat sie dir auch den grafik fehler da unter mir jetzt dieses schwarze ist ein schwarzen strich hier werden wir gar nicht lang instant den richtigen weg gelaufen die schwerter bestehen aus dem kristall wollt bloß mal testen ob die uns treffen können wir sind ein geist aber ja hier noch irgendwas möhren sicher dass es keine chili schurte ist die verdammt nach chili schurte aus dann hast du chili power x für einen schuss energie wieder hört uns schlucken Ignorieren einen. Also, die ignorieren uns. Doch, das Schaf. Chili Power! Zwei Mana-Früchte. Werden hier schon wieder leicht ausgerüstet. Zwei Mana-Früchte. Was ist hier unter uns? Ach komm, Knochen werden nicht so unrealistisch. Ah. Ach komm. Was soll der Geiz? Keine Tür ist da unter dir. Oh, hier? Oh, hier? Nö. bitte mal gut ich sag nein ich habe ein geheimnis im geheimnis nicht denn jetzt hier gelandet und doch erst mal oben die dings ja ich sehe jetzt bin ich bei der acht ich wollte doch bestimmt erst mal zur neuen oder zu 10 aber da komme ich nicht ran das heißt doch erst 19 da hat er mich hier runter zu einem geheimraum bei dem ich noch nichts machen kann hat mir doch nicht dass das irgendwie ein shortcut ist hier sind zwei von den krassen hier 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 hier